Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Hachi Gaming, Flo mit am Start, heute mit einem separaten Bonus-Update mal wieder zu den Ligen-Upgrade-SBCs. Ich hab's gestern gesagt, endlich sind sie jetzt am Start. Wir haben uns gestern schon um die gemischten Ligen-Upgrades gekümmert und heute wollen wir die Premium-Ligen-Upgrade-SBC angreifen. Wir gehen das Ganze von vorne bis hinten einmal durch. Ich erkläre euch, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Ja, falls ihr also relativ neu sein solltet, dann werde ich euch auf jeden Fall Tipps und Tricks einmal mitgeben. Die ist unendlich wiederholbar da, diese SBC und 58 Tage jetzt insgesamt am Start. Endlich sind die Ligen-SBCs da. Was es damit auf sich hat, Freunde, wir werden's bequatschen, hier in dem Video. Ja, Freunde, und wie immer, bevor wir rein starten, wenn ihr das Ganze feiert, dass ich täglich für euch am Start bin, auch heute mal wieder mit dem Doppel-Upload, da nehmt euch doch kurz die 1 Sekunde Zeit, lasst einen Daumen nach oben da, würde meine Tech-Arbeit extrem unterstützen. Und ich gebe mal 222 Likes als Likes hier raus. Zerstört euch also sehr gerne den Like-Button, Freunde. Ich weiß nicht, dass ihr das könnt. Gerne für einen Kommentar hinterlassen wir natürlich nicht vergessen, kostenlos die Glocke zu aktivieren, Freunde, auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Dankeschön dafür und Support, Freunde. Heute Abend geht's natürlich weiter mit dem neuen 10 Uhr-Content. Und wir müssen jetzt kurz einen Schritt zurückgehen, und zwar zu gestern. Ich hab gestern schon ein Video zu der gemischten Ligen-Upgrade-SBC gemacht. Und viele haben schon in die Kommentare geschrieben, ja gut, was bringt mir das jetzt, Freunde? Die Pack-Rewards sind nicht nice und so weiter und so fort. Da muss ich nochmal kurz sagen, Freunde, der Ligen-SBC-Grind ist nicht damit getan, dass man einmal die SBC macht und dann, keine Ahnung, direkt einen Mbappé zieht. Nein, Freunde, das ist nicht der Ligen-SBC-Grind. Der Ligen-SBC-Grind ist generell gedacht, dass wir mehrfach wiederholt in die SBC reingehen. Dieses Video hier, was ihr gerade seht, soll aber erstmal dazu dienen, diese SBC von vorne bis hinten zu erklären. Für die Leute, die schon fast lange dabei sind, die wissen Bescheid, die Grundlagen-SBCs sind ja zum Beispiel auch alle durchgegangen. Von vorne bis hinten Grundlagen 1 bis Grundlagen 2, Grundlagen 3, 4, 5 etc. Mit Hybrid-Ligen, Hybrid-Nation und Liga-Nation, Hybrid-SBC. So, und weil eben jetzt ganz frisch diese Ligen-SBCs da sind, möchte ich heute auch die Primum-Ligen-Upgrade mit euch von vorne bis hinten durchgehen. Also hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen kann. Und falls ihr generell an dem Ligen-SBC-Grind interessiert seid, dann kann ich euch vielleicht schon mal auf Sonntag ein bisschen hinspoilern. Und da wird es genau darum gehen, am Sonntagmittag um ein Ligen-SBC-Video. Da geben wir das Ganze nochmal durch. Aber auch hier in dem Video gebe ich euch schon mal kleine feine Tipps einmal mit. Also wie können wir die so günstig wie möglich, so einfach wie möglich eigentlich abschließen, diese Primum-Ligen-Upgrade-SBC, das geben wir jetzt einmal durch. Also vorweg, wir haben vier Segmente, wie quasi im Endeffekt bei den Top-Partien. Und dann haben wir ein bisschen höher geratete Ligen als im Verhältnis zu der anderen, eben nicht Premium-Ligen-Upgrade-SBC. Sie sind also ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich einfach. So, wir fangen mal mit der League-Or, ihre Devise an. Und das ist ein Jumbo-Gold-Pack, was wir tradable hier einmal zurückbekommen. Unter mir seht ihr die Voraussetzungen. Das sind und das ist das Wichtige. League-Or-Spieler, ihre Devise-Spieler, die wir natürlich nutzen sollen. Genau elf, genauer gesagt. Jetzt wird es wichtig, Profis aus einem Verein, mindestens sechs. Mindestens zwei davon selten, mindestens 68 Team-Gesamtwertung und mindestens zehn Team-Schmie. Also Team-Schmie wieder easy, Rating ist easy. Das einzige schwierig hier bei dieser ersten Aufgabe sind mindestens sechs Profis aus einem Verein. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Und ja, wie ich das gemacht habe, erkläre ich euch jetzt. Ihr seht, wir haben sechs Spieler und zwar von Loske-Lil genommen. Und dann einfach den Rest aufgefüllt mit ebenfalls League-Or-Spielern. Wichtig ist eben hier, dass wir, ja, diese mindestens sechs aus eben einem Verein haben. Der Rest ist an sich grundsätzlich egal. Und da empfehle ich euch einfach reinzugehen in die League-Or oder in ihre Devise. Also jeweils hier dann die Liga auszusuchen. Ja, und dann mache ich es immer so, egal ob tradable oder untradable, ich gehe alle Vereine durch. Und bei Loske-Lil bin ich halt stehen geblieben, weil da habe ich sechs Spieler schon am Start gehabt. Ja, wir können jetzt League-Or auch nehmen. Da seht ihr, habe ich auch sechs. Die könnte ich dann zum Beispiel für den nächsten Run wieder nutzen. Ja, aber so könnt ihr dann quasi alle Vereine mal durchgehen und schauen, okay, wie viel habe ich eigentlich, ja. Hier hätten wir theoretisch auch PSG, sechs Spieler von und so weiter und so fort. Jeweils mal durchgehen und da sind dann Vereine dabei. Hier habt ihr zum Beispiel vier, könnt man dann zwei dazukaufen und so weiter und so fort. Wo ihr das auf jeden Fall schon mal ready to go macht. Und dann sind es auch Slots frei. Und da nehmt ihr dann eher die Devise-Spieler oder League-Or-Spieler. Der Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist, hier können natürlich auch jeweils dann doppelte Vereine sozusagen vertreten sein. Ja, einfach nur noch zwei seltene. 68er-Rating kriegt ihr dann sowieso Isehen. Ihr seht, 75er-Rating haben wir. Teamschmier ergibt natürlich dann auch gar kein Problem, weil die sich ja schon wunderbar selber Teamschmier geben. Also im Endeffekt sind das Bedingungen, die eigentlich unnötig sind, wenn wir mal ehrlich sind, ja. Und insofern können wir es uns ganz easy holen, das Jumbo-Gold-Pack, das erste Pack von vielen. So, und dann kommt direkt schon mal der erste Tipp, Freunde. Am besten das Pack direkt öffnen. Denn dieses Jumbo-Gold-Pack, ja, tradable, kann euch natürlich weiterhelfen bei den nächsten SBCs, ja. Also da sind jetzt Spieler drin, Ligen drin, die euch für den Ligen-SBC-Grind, wir werden das thematisieren, dann nochmal am Sonntag, wie gesagt, weiterhelfen. Also seht ihr hier natürlich Ligen, die auch nachher vorkommen, sind jetzt hier mit dabei. Ja, oder Spieler aus den jeweiligen Ligen. Wir können hier gucken, okay, Trikots vielleicht nice mit dabei, die sie verkaufen lassen. Ich packe jetzt erstmal alles rein in den Verein, ja. Und dann können wir natürlich gucken, okay, ist da vielleicht auch was, was man direkt straight away verkaufen kann. Ne, das müsst ihr natürlich dann jeweils schauen. Wünsche euch da natürlich auf jeden Fall Packlack. Gehen wir zur zweiten SBC, Libertadores Südamerikaner, ja, wo wir dann eben diese zwei Ligen nutzen dürfen. Maximal eben einen aus einem Verein, mindestens zwei Gold. Wir haben mindestens drei seltene und mindestens 74er Rating. Gesamtteam stehen wir auch wieder, hier mindestens zehn. Und wir haben mit Prime Electro Profi Pack diesmal untradeable. Da kann ich euch schon mal sagen, ihr könnt auch sehr, sehr gerne mehr Goldkarten nutzen als nur zwei, weil ihr es so einfach simpler, einfacher mit dem Rating habt. Ihr seht, wir haben ein paar Silberspieler, ja, auch einen Bronzespieler mit dabei. Drei seltene haben wir ebenfalls mit vertreten. Und das Schöne ist, dass wir im Verhältnis zum letzten FC-Teil eben jetzt auch Gold, Silber, Bronze Karten haben, dass die kein individuelles Kartendesign mehr haben. So könnt ihr euch dann, weil die Frage habe ich häufig bekommen, was ist denn jetzt eigentlich Gold, was ist Silber und so weiter und so fort. So kann man jetzt direkt erkennen, was ist eine Goldkarte, was ist eine Silberkarte, was ist eine Bronzekarte. Ja, und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, Acuna, ein gutes Beispiel, bringt uns direkt hohes Rating. Ja, ihr seht ja jetzt punktgenau auf der 74 drauf. Und so können wir dann eben, weil wir eben mehr Goldkarten als zwei nutzen und weil wir hier zum Beispiel so ein 83er Kudya drin haben, können wir eben wunderbar auch Silberspieler nutzen. Ja, auch hier einfach dann jeweils die Ligen durchgehen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet da keine Ahnung, wie viele am Start haben. Ja, Lieber Dordores habe ich jetzt hier noch ein paar Goldkarten mit am Start. Saudi, Südamerikaner Liga, sorry, haben wir dann hier am Start. Da sind auch ein paar Bronze-Spieler. Da wird dann die Bronze-Pack-Methode wieder. Sehr, sehr nice. Also sehr, sehr viele Spieler, die ihr dann nutzen könnt. Und auch hier wieder die Empfehlung, wie gesagt, mit mehr Goldkarten zu gehen, als es hier steht. Ja, gucken, dass dann wie gesagt auch nur ein Verein maximal einmal vertreten ist. Ihr seht, alles Erstbesitzer. Wir können das Ganze mal gerade durchgehen. Ich empfehle euch nicht, eins zu eins das Ganze nachzukaufen, denn ich bin mir sicher, und deshalb habe ich das eben gezeigt, geht bitte die Ligen durch, Freunde. Und ich bin mir sicher, ihr habt genug bei euch im Verein, um diese SBC-Rate zu machen. Vielleicht müssen wir mal eine Goldkarte irgendwie dazukaufen für 400 Coins oder so. Aber es wird auf jeden Fall wirklich nicht teuer, Freunde. Ja, bitte macht da nicht diesen Fehler. So, dann haben wir das Prime Electrum Profi-Packs. Sechs seltene sind da drin. 80 plus ist garantiert. Deshalb der Tunnel natürlich am Start. Innenverteidiger und NWSL. Okay, schauen rein und bekommen Erdsch. Und da haben wir es. Guck mal, das ist das schöne, Freunde. Lieber der Doris, hier direkt eine Goldkarte zurück. Das heißt, wir können den für den nächsten Run dann wieder direkt nutzen. Premier League ist auch mit dabei. Spanische Liga etc. pp. Und das ist dieses Rinse and Repeat, wovon ich die ganze Zeit rede, Freunde. Das ist das Schöne bei dieser wunderbaren Geschichte, bei diesem Ligen-SBC-Grind. Auch wenn wir das jetzt heute hier in dem Video nur einmal durchgehen. Also, die nächste SBC, die dritte, ist dann Bundesliga Serie A. Rating 77, mindestens 10 Tiefchemie. Drei seltener müssen dabei sein. Maximal wieder aus einem Verein einen. Und Bundesliga Serie A dürfen wir weiter nutzen. Absolut simple SBC, Freunde. Ist quasi wie Top-Partien ausfüllen. Nur halt eben darauf aufpassen, dass eben kein Verein doppelt vertreten ist. Also, jeweils nur einmal. Einmal Dortmund, einmal Wolfsburg und so weiter kann man eben nutzen. Und dann seht ihr, habe ich die anderen Slots aufgefüllt mit Serie A-Spielern einfach. Bin dann raus aus der Bundesliga. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr aus jedem Bundesliga-Verein mindestens einen am Start habt, könnt ihr natürlich auch wunderbar in der Bundesliga bleiben. Oder nur die Serie A machen. Dadurch, dass wir halt hier Low-Chemie haben, nur 10 mindestens zusammenbekommen müssen, können wir so viele erstens Out-of-Position stellen. Und da kann man theoretisch auch in einer Liga drinbleiben. Ja, aber die Chemie ist auf jeden Fall gar kein Problem. Und ja, in der Serie A, in der Bundesliga, werdet ihr genug Goldkarten haben. Genauso hatte ich auch schon alles im Verein. Kovar Pavlovich, geht's euch durch, Freunde? Guckt's euch an. Ihr werdet das selber zigfach im Verein haben, die Goldkarten. Und ob auf dem SBC-Speicher oder direkt im Verein, das ist auf jeden Fall maximal einfach. Und das ist auch eine Empfehlung, natürlich erstmal den SBC-Speicher auch abzuschecken. Da auf jeden Fall dann auch Spieler zu nutzen, weil ihr könnt sie ja eben nur für SBCs nutzen. Hier wieder ein Trader-Pack, ein Prime-Gold-Profi-Pack in klein. Was wir uns dann hier einmal holen, und da haben wir es direkt am Start, auch hier wieder mit mindestens 81 oder höher gewählten Spieler. Drei seltene sind dabei. So, 80 plus ist es. Wieder kein Walker-Honider. Linkes Mittelfeld. Und das könnten jetzt theoretisch dann auch viele sein. ist es diesmal, ja, es ist diesmal Kostic, Vagnumann, Shalov und so weiter und so fort. Und drei weitere auf die Transferliste. Und dann natürlich auch mal die Transferliste abchecken, die dann wieder nutzen für den Ligen SBC-Grind. Aber dazu explizit, wie gesagt, nochmal im Detail ein Video dann am Sonntag. Ja, und die vierte SBC hört auf den Namen Premier League und La Liga. Wir dürfen eben genau diese beiden Ligen nutzen hier. Dann Profis aus dem Verein auch wieder maximal ein. Das heißt, kein Verein darf doppelt vertreten sein. Mindestens vier seltene müssen wir dabei sein. 79er Rating, also hier haben wir das Highest-Ratete vertreten. Und mindestens 10 Team-Schmie. Für ein seltenes Cold-Pro-E-Pack-in-Client. Das Ganze auch wieder untradable. Ja, und da haben wir dann, wie gesagt, hier erstmal auf die La Liga sind wir gegangen. Vom SBC-Speicher habe ich zum Beispiel Aydou einmal genutzt. Ja, und dann einfach erstmal aufgefüllt. Je nach Position, was ich am Start hatte. Und den einzigen dann aus der Premier League ist hier in dem Fall Emboimo, den wir abgeben. Ja, weil ich hatte dann tatsächlich kein, wo es Rating-mäßig mehr gepasst hat und keinen anderen Verein mehr vertreten aus der La Liga, dass ich halt in die Premier League switchen musste. Ja, aber da könnt ihr jetzt zum Beispiel, und das empfehle ich euch auch, einfach jetzt quasi hier im ersten Run hauptsächlich in die La Liga zu gehen. Im zweiten Run dann auf die Premier League sich konzentrieren und das Ganze quasi immer zu switchen, ja, oder 50-50 aufzuteilen. Ich nehme 5 von der La Liga, ich nehme 6 zum Beispiel von der Premier League, ja. Also das so ein bisschen aufzuteilen, dass ihr quasi nicht euch die ganze Zeit auf eine Liga konzentriert, so nach dem Motto, dass die dann irgendwann leer ist, ja. Aber ihr habt ja gerade bei den drei Packs gesehen, die wir gerade schon geöffnet haben, auch da hat sich schon wieder was quasi in den Verein reingespült, was Premier League Schrägstrich La Liga ist. Also das ist, wie gesagt, dann dieses typische Rinse and Repeat. Wir gehen das Ganze wieder durch, also einfach ganz, ganz easy, Freunde, mit La Liga, mit Premier League auffüllen, brauche ich euch nicht zu erklären. Und dann haben wir hier in dem Fall, wir können mal die Vereine abstecken, Valencia, Atletico Madrid, Celta Vigo, Villarreal, Sevilla, Girona, Real Madrid, Barcelona, Brentford dann von der Premier League und Real Sociedad, einmal vertreten mit Rajo, mit Rayo, Valle Cano. Also, ihr seht, easy going, speziell meiner Meinung nach die letzten beiden SBCs, wirklich ganz normale Top-Artin-SBCs. Und dann haben wir das nächste Pack am Start. Ja, und das Schöne ist, dass wir jetzt hier direkt den Gruppen-Reward uns abholen, auch wieder untradable, Prime Gold Profi-Pack. Und dann habt ihr direkt fünf Packs ready to go. Das könnt ihr natürlich dann auch machen, eben diese Packs aufsparen für eine spezielle Promo und so weiter und so fort. Auch das theoretisch eine Option. Wir gehen jetzt erstmal aber alle fünf Packs durch, öffnen die natürlich hier auch direkt im Video. Hier sind sie direkt hintereinander und gucken einfach mal, was drin ist. Garantierte 82-Plus-Spieler sind auf jeden Fall drin, Freunde der Sonne. Und dann erkläre ich euch nochmal generell was zum Ligen SBC-Grind. Wo wir gerade hier den Walkout bekommen, Stürmer. Und das ist dann klar, da haben wir Shaw am Start von Manchester City. Also, ihr seht, es funktioniert. Es kann funktionieren. 86er Shaw, Packlack am Start, Freunde. Sehr, sehr nice Walkout. Und Grealish 2, tatsächlich von Manchester City natürlich. Und ja, auch wieder einige Spieler, die wir nicht haben. Vier Duplikate. Das kommt auf den SBC-Speicher. Das auf die Transferliste. Und dann das fünfte Pack. Das seltene Gold Profi-Pack in klein. Come on, yay. 82-Plus auch hier wieder. Es wird wieder eine Frau mit einem Zopf. Diesmal kein Walkout, aber wieder IV. Okay, da wissen wir Bescheid. Wer es wird, Google Pixel, der Frauengeschichte. Und tatsächlich, einer einzigen, den wir nicht haben. Der Rest wieder SBC-Speicher. Der füllt sich natürlich dann auch wieder auf, der SBC-Speicher. Das ist auch sehr, sehr nice. Und so haben wir dann diese 5 Packs ready to go. Und ich will jetzt nochmal an dieser Stelle wiederholen. Ich habe es im Intro eben schon erwähnt. Und also mit einmal machen dieser Premium-Ligen-Upgrade-SBC oder einmal machen der gemischten Ligen-Upgrade-SBC, dann ist es kein Ligen-SBC-Grind. Dann ist es nicht die Ligen-SBC-Methode, Freunde. Wie diese Ligen-SBC-Methode generell funktioniert, zeige ich euch dann am Sonntag. Es lohnt sich also wieder einzuschalten. Jetzt wollte ich erstmal separat mit euch die jeweiligen Ligen-Upgrades durchgehen. Einmal die, einmal die von vorne bis hinten. Alle Packs öffnen und euch kleine Final-Tipps mitgeben. Ihr seht also, es ist grundsätzlich simpel. Es ist einfach. Aber natürlich ist diese Methode nicht für jeden was. Ihr müsst dranbleiben und das Ganze dann craften. Zum Beispiel auf die Premium-Ligen-Upgrade-SBC sich konzentrieren. Und das Ganze dann quasi immer und immer wiederholen. Und dann auf Packlack hoffen. Wie wir es jetzt zum Beispiel eben mit Walkout hatten. Und dann für SBC-Futter etc. Wenn sie tradable sind, könnt ihr sie natürlich auch verkaufen. Eben dann nutzen. Ich hoffe, ihr schaltet am Sonntag auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin extremer Fan von dieser Ligen-SBC-Methode, Freunde. Insofern freue ich mich extrem darauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit natürlich am Start. Ich sage mal, bis heute Abend wünsche ich euch einen spannenden Tag. Ja, und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video hier auf dem Channel wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.